hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play bollernens 3 ja und ich würde sagen wir begeben uns mal nach ford sonnenschein wo auch immer das ist da hinten gibt es noch irgendeine quest in der nähe bösartige praktik genau dass das konnte ich ja nicht machen weil der der eine ist einfach runtergeplumpst m okay dann werde ich mal ich werde mal probieren ob ob ich das dieses mal hinbekommen ich muss hier und dann gleich nach rechts hier hier daher rechts und geradeaus gut sage ich hoffe dass klappt dieses mal und der feld nicht mehr runter haus blablabla so dann schauen wir mal auf hier da reinkommen die wilden gorillas beißen da mehr um ein paar plan erst mal aber upsie sorry dann wollen wir mal schauen upsie sorry wer auf der falschen seite steht stirbt was sie treffen sogar die bewegt sich so krass die atmet so heftig ich vermissiere ich halte jetzt ganz normal also ich bewegt die maus nicht ok moses anscheinend ein rambo na doch die rambo und die darum sind welche aber nicht da wird na aber die kommen nicht mehr aber die heute in der da oben ist wieder da das ist gut der da oben ist da in der falschen gegend auf gekreuzte mädchen für eine kärbe sehr stört Hm, 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 hm. Hm, was ist der nächste? Ich wünsch dir, ich hätte sie gezeigt, ist das geil. Das war ein ziemlicher, äh, ein ziemlich cooler Backflip. Oh, okay. Oh, okay. Schwierig. Schön macht ihr das. Oh, endlich! Meine Güte, das hat's vielleicht gebraucht. Äh, ja 150, das ist ein bisschen weniger, ne? 150 ist ein bisschen weniger als meine. Das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil das letzte Mal hat's sehr gut geklappt. Ah, endlich! Demnächst lade ich mal einen aus meinem Gefolge auf. Vielleicht klappt es mit wenigen Subjekten besser. Wir brauchen nur noch einen Namen für meine Crew. Troy Boys? Ne, blöd. Super geladene, glühende, mega badasses. Bisschen zu lang. Gesalbte? Bingo! Gottkönig Troy's Gesalbte, das ist es. Sein Name war Beckett. Schurke, Bankräuber, Freund. Bleibt nur noch Dean, ich befürchte Schlimmes. So. Gottkönig, ne? Das klingt ja noch beschissener als irgendwie das, was die Pharaonen gemacht haben. Die haben sich ja auch als Gott angesehen, Karl der Große und so. Aber die haben sich halt nicht Gottkönig gemacht. Nein, Gottkönig. Was ist denn unter dir? Hm, das war gut. Geh dir meine Plane an! Deine Plane? Wo ist der? Hallo. Boah, das ist gemein. Naja, das war ja wahrscheinlich ganz gut. Dann hast du ein bisschen die Flammen ausgemacht. Äh, wo muss ich denn hin? Achso, ich bin hier ganz falsch. Äh, ich bin zu klein. Äh, ich bin zu fett. Ich bin einfach hier reingestolpert. So. Nein, eins weiter. Ah, ah, ah. Okay. Ich freue mich schon, wenn wir den, den Troy platt machen. Ich freue mich schon drauf. Ich glaube nicht, dass der heftig ist. Ah, der liegt noch. Kann mich jemand hören? Dean, er lebt. Du musst ihn befreien, Kammerjäger. Wer bist du? Cool bleiben. Dean, oder? Hammerlock schickt mich. Hammerlock? Ja, ich kannte... Ich kannte einen Hammerlock. Lustige Ausdrucksweise. Er hat dich geschickt, um mich zu retten? Gut. Oh nein! Er ist zurück! Er ist zurück! Töte ihn! Hallo. Na, wie geht's dir? Bist du ein bisschen doof, oder? Hatschi! Ah, jetzt war's! Alter! Du bist schwach! Amit! Alter. Tai! Oh! Oh! du hast dir die falsche frau ausgesucht alter der ist echt nicht äh nein scheiße ich hatte ich hatte hier zu wenig platz um meinen dm zu holen ja 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 z sondern des ja 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 bist du da ja und ich hatte sogar noch mehr als genug platz platz also mein teddybär hatte mehr als genug leben das ist natürlich auch geil und er ist irgendwann kaputt ja das brauchen wir eigentlich nicht was war und jetzt ja ich hatte einfach glück ich habe schon die hoffnung verloren ich dachte ich wäre ich hier du weißt schon die waffe hier ist für dich wenn du jemals diesen treu siehst schieß ihm das gehirn raus ja zum glück hat wenigstens den überlebt jetzt können wir unsere häkel und waffenbastelstunden fortsetzen seltsamerweise sehr ähnliche fähigkeiten so gut jetzt können wir uns endlich nach sonnenschein begeben an der weggekleben und so weiter so also der der bär ist schon richtig gut der schon gut ich war ich muss nur schauen um vielleicht mache ich den salamander also den flammenwerfer noch mal oder wieder weg und versuche mal eine andere waffe und ähm ähm fühl mich nicht an ja ich hab auch gefühle wo kommen die denn jetzt her nicht getötet und eine Pause die Kalyptos werden dich schützen die Kalyptos sind nicht da und wenn er würde ich die aufdrücken Mother Take me come take me do do I I do 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 Das ist jetzt unser Planet! Der hat eine krasse Sache! Ich nehme mein Chili Rezept mit ins Gras! Die haben irgendwie alle Chili Rezept drin, ne? Voll krass! Die haben mir jetzt mehr geschadet als der treue Soldat. Verdammt! Diese Türen immer. Die kommen jetzt hier auch wieder. Ne, gut. Juhu! Gut. Ach, ist mir auch egal. So, dann, äh... Fort Sonnenschein. Was war das nochmal? Ich weiß gar nicht. Die Kanone von, äh... Rillion. Rillion. Ist das Französisch? So. Auf jeden Fall. Jetzt mal jetzt. Zurück nach, äh... Flutmoor. Flutmoor. Basel. Aha. So, dann... Hier müssen wir hin. Also, da runterjumpen und dann da. Okay. Einfach... Einfach links halten. Hier ist ein Auto. Warum laufen, wenn man fahren kann? Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau. Wohooo! Hier, oder? Wieso... Päbt es so? Oh! Hi! Guck mal, komm. O-Ah! 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 Ich werde ein Waffen! Lass in der Flanke! O-Ah! Schmeckt es richtig! O-Ah! Der Tod rufen nach dir! Soldatin! Äh... Hey, Schwesterchen! Der Kammerdieb will den Waffenschmied retten den du geschnappt hast. Was? Mach dein Ding. Das Teleport-Ding. Ja, sicher. Aber nur, weil ich es will. Nicht, weil du darum gebeten hast. Was auch immer. Jetzt mach schon. Arschloch. Alle zusammen, Familie. Ich bin nicht einfach. Ich bin nicht einfach. Wir fangen schon an zu zicken. Voll aufs Fressbrett. War das zu viel für dich? Großer Fehler, Ketzer. Großer Fehler. Mhm. Der Beste. Jetzt gehen wir nach dem Weg. Die kleine. Scheiße. Ich kann nichts mehr essen. Dieser blöde Badass, der. Es kann weitergehen. Mit einem fahrbaren Unterwand, gehen wir wieder. Oh, yeah! Juhu! Hahaha! Du bist sauerhaft toll! Zumindest bin ich nicht alleine! Durch die Vordertür geht's nicht rein. Sie ist versperrt. Wir werden wohl einen anderen Weg hineinfinden müssen. Sieh dich mal um. In der Nähe ist ein alter Ausguck, der einen guten Überblick liefern könnte. Der Kammer, die blieb noch. Ich hätte wohl ein paar mehr von der Familie salben sollen. Das ist echte Macht. Warum doch mal habe ich dich all die Jahre am Leben gehalten? Ah, komm schon! Sei nicht so! Wir haben doch Spaß, oder? Und zicken fort. Warte. Achso, doch. Doch, da rein. Okay. Ich dachte, wir müssen wieder da hoch. Ich bin zu faul zum Gehen. Hast du was gefunden, Kammerjäger? Was ist mit diesem Brückenkran-Ding? Gute Idee. Das wird klappen. Leider wird es gar nicht so leicht, da ranzukommen. Du musst über den Holzplatz und der ist in der Hand der KDK. Ich sehe zu, dass ich die Tür aufkriege, bis du da bist. Die Idee hatte ich auch gerade. Also quasi, ob wir da hochkommen können. So, dann wollen wir mal... Ähm, wie... Äh, da ganz hoch. Alter. Okay, dann... Okay. Dann... 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 Brücke. Das hört sich voll an wie so ein Podraiser. Äh, hier hoch? Wahrscheinlich nicht. Ah, doch. Doch, das sieht richtig aus. Hier sieht es schön holzig aus. Na, komm, leider. Kann ich hier irgendwie... Äh, ungewohnte... Nein. Oh, Tobi. Good job. Äh, ich wollte irgendwo hochklettern. Aber anscheinend geht das nicht. Kämpf dich durch und schaffe es rauf zu den Kränen. Da muss irgendwo ein Verlade-Doc sein. Verstümmler. Oha. Das ist nicht... Brechen wir es auf. Laufvögel sind Dinosaurier. Fürschnittmäh. Laufvögel sind Dinosaurier. Ja, aufrechst dich mal. Wenn du dich zu. Werde. Ich werde nicht schlappen. Oha, voll unfair. Voll frech. Danke. Nächster. Wir wissen alle, wie das endet. Mhm. So. So. Gut, das war das. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ja. Wow. Nein, nein. Wieso komme ich da nicht hoch? Mr. Alpha Wand oder was? Ja, anscheinend. Gut. Dann eben nicht. Bye. Ich habe ein Drehbuch, das du gerne von mir vorgetragen bekommen würdest. Ich habe ein Drehbuch. Was zum Heimkern. Und wo schieße ich gerade hin? Nein. Ja, du. Und dann schießt er. Und dann schießt er. Hindernis Modus. Hinter dir. Hinter dir. So. Hier Nummer 1. Irgendwie wenn ich ziele, also so ziele. Dann klingt es voll geil. Also dann klingt es halt viel heftiger als wenn ich nicht so ziele. Dein Teil hast du also getan. Ja, du bist ja umgekommen. So. Aha. Das gibt Geld. So. Dann schauen wir mal. Wobei es ist schon eine halbe Stunde. Dann würde ich sagen, machen wir demnächst weiter. Beziehungsweise bei der nächsten Folge. Ich hoffe euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Dann macht's gut. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.